Wie läuft's denn? Schatz, zeig es Daddy. Es ist noch nicht fertig. Du hast es so toll gemacht. Dein Auftritt und Requisiten gibt's auch. Mein Dad heißt Mike. Er arbeitet auf einer Bohrinsel im Meer, wo das Öl aus der Erde gepumpt wird. Wir sind die Forscher. Wie Dora. Wie Dora. Das Öl ist ein Monster. Genau wie die fiesen alten Dinosaurier, die es früher einmal war. Aber seit 300 Millionen Jahren werden diese alten Dinosaurier da unten zusammengequetscht. Immer enger und enger und enger. Wir haben's verstanden. Es reicht, wenn du zweimal enger sagst. Dann bohren Daddys Freunde ein Loch in ihre Höhle. Ja. Und die fiesen alten Dinosaurier können es nicht fassen. Freiheit. Sie rennen alle zu dem neuen Loch. Und zack, stoßen sie auf ein Zeug, das man Ohrschlamm nennt. Gut, rein damit. Durch den Strohhalm drückt man es runter, damit die Monster unten bleiben. Und wir schließen die Höhle. Ja. Ja. Das war super. Ich bin sehr stolz auf dich. Das ist ja immer schwerer. Kannst du nicht immer zehn bleiben? Ah. Ah. Ich bin jetzt ab. Daddy, ich brauch unbedingten Fossil. Ach ja? Lass dich mal halten. Das will ich nämlich hochhalten und dabei sagen, mein Daddy zähmt die Dinosaurier. Vergesst alles, was ihr zu wissen glaubt. Ihr seid keine Schüler mehr. Ich bin jetzt ab.